So, Nu? Was machen wir? Nu? Ah! Ach ja. Irgendwann werde ich auch nochmal die Kristalle eintauschen, dass wir uns da auch noch aufbessern können. Wo will der jetzt lang? Will der uns bekämpfen? Was soll er nur versuchen? Was bist du? Eine Krypta. Spuk und Tote herum. Ihr müsst sie besiegen, wenn ihr ihre Schätze wollt. Nö. Die wurden garantiert schon von dem anderen geplündert. Ich glaube, da geht's da hoch. Das heißt, wir gucken uns woanders rum. Nämlich hier. Verblichene Flagge. Tja, Godric. Hast du eine Idee? Was ist das? Werft. Achso. Nur nach Plan? Nicht nach Plan. Ha! Auch nicht schlecht. Ja. Wir warten im Rosengarten darauf, dass es weiter geht. Isabel. Gebt mir einen Tipp, ganz schnell. Das ist die Verbindung zu den Punkten dort oben. vielleicht sollen wir wirklich eine riesen Armee aufstellen. Mit der wir es schaffen, Nikolai aus der Festung zu befreien, indem wir die Festung erobern. Ich kann es mir beinahe gar nicht vorstellen. Was ist das hier? Arena. Oh. Zwei Angriff. Oh Gott, Isabel, du hast zehn Angriff. Hier kriegt noch mehr Angriff dazu. Echsenreiter. Da würde es denn dahin gehen, wo wir hier unten noch den Eingang gesehen haben. Da geht auch noch ein Weg ab. Aber nicht offiziell. Tja. Jetzt hat er gesehen, dass ich bei der Arena war und haut wieder ab, oder wie? Woche des Eagles. Gucken wir uns hier noch weiter um. Höllenhydra. Nikolai, bist du hier? Ich will nicht gegen die Hydra kämpfen, verdammt. Verlassenes Bergwerk. Besitzer keiner. Da kommen wir her. Ich glaube, wir müssen gegen die Echsenreiter kämpfen. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Speicher nochmal ab. Nochmal unter LP9. Und so zieht sich das Ganze dahin, Leute. Auf geht's, die Hydra. Gehört uns. Oder auch nicht. Gut, dass ich vorher abgespeichert habe. Schon mal zwei weniger. Nochmal drei weniger. Du wartest schön, auf dass sie näher kommen. Sehr schön. Jetzt haben wir nur noch fünf. Zumindest von der einen Partei. Die ist gleich noch einmal dran. Du gehst aber trotzdem mal auf D. Ah, deine Verteidigung ist immer noch in Ordnung. Du gehst auf Dida. Sehr schön. Noch haltet ihr sehr viel aus. Dina kannst du direkt treffen. Ihr könnt keinen angreifen. Pause. Du greifst den da hinten an. Und du machst die kalt. Und dann haben wir keinen verloren. Hallo, wir hatten 45 Hydras. Uns gegenüber. Sehr schön. Aber wofür das Ganze? Kristallkaverne. Nee, Kristalle brauche ich zwar, aber... ...da kann ich mir auch anders weiterhelfen. Ich möchte trotzdem wissen, was hier hinten ist. Kann doch nicht wahr sein. Wo soll der denn stecken? So, jetzt haben wir endlich den Orden ausgebaut. Und zusätzlich handeln wir uns noch ein wenig. Kristall rüber. Einfach nur, dass wir in der nächsten Woche auch wieder für Engel sorgen können. Das können wir nämlich jetzt im Moment nicht mehr. Nicht genug Platz in der Stadtgarnison. Haben wir irgendwas nicht aufgerüstet? Ach, euch. Die Reiter. So. Dann stimmt das auch. Okay. Kannst du dich mal entscheiden, ob du hoch willst oder runter? Zu freundlich. Dankeschön. Hier hinten geht's nicht weiter. Das ist nur ein Kristall. Nö. Das war's schon. Was ist das? Verlassenes Bergwerk. Könnten wir noch bekämpfen und irgendwas dafür bekommen. Eventuell Kristalle oder so. Keine Ahnung. Ja, dann haben wir nur noch einen Weg. Nämlich den hier unten. Und vielleicht noch da rechts. Das wäre auch noch eine Idee. Zeig mal kurz die Oberwelt. Wir müssen sowieso, wenn denn da hinten hin. Gibt's denn da einen Gang, der nach oben führt? Ich meine, das wäre optimal. Dann würde ich jetzt Godric noch die restlichen Leute mitgeben. Und der würde dann alles auf sie packen. Sodass sie dann hier gleich einen Angriff starten kann. Hinter der Garnison. Aber keine Ahnung. Godric, was machen wir? Gib mir einen Tipp. Will er nicht. Er sagt, er hat mich nicht mehr lieb. Er will mich andauernd da hinlocken. Hehehe. Das kannst du vergessen. So, jetzt gucken wir erstmal hier hin. Machen die Echsenreiter weg. Sehr gut. Weiter geht's. Nächste Runde. Will er wirklich gegen uns kämpfen? Ich meine, er könnte mittlerweile. Ich will's nicht riskieren, aber er könnte. Ziehen lassen. Nee, der dreht ein wenig ab. Ein Lagerfeuer. Mit Kristallen. Und was ist das? Ein Brunnen? Quelle der geheimnisvollen Erneuerung. Verdoppelt die Mana-Kapazität eines Helden einmal pro Woche. Nö, brauchen wir nicht. Erz hier brauche ich auch nicht. Wir haben alles ausgebaut. Und da geht's nach oben. Und wenn wir hoch wollen, müssen wir kämpfen, weil oben ja die anderen schon warten, diese Rakscha-Viecher. Nee, 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 nee. Wir gehen jetzt mal hier wieder zurück. Du kannst nicht... Achso, keine Bewegungspunkte, ja. Na, ist klar. So, und da muss tatsächlich noch irgendwas anderes sein. Na, ich bin ja gespannt. Jetzt werde ich ja ganz heißblütig hier. Godric, warum gibt es keine Möglichkeit, dich zu verschicken? Ich verstehe es nicht. Kannst auch nichts machen. Schick Godric zu Nikolai. Na los, lauf. Aber nichts passiert. Gut, die haben wir alle. Warten wir jetzt auf die nächste Woche. Halt, wir können noch Folgendes machen. Wir können noch einmal alles rüberhandeln. Eins, zwei, drei. Vier. So. Und eins, zwei, drei. Genau. Dann haben wir in der nächsten Woche acht. Das müsste also reichen. Da habe ich doch was gesehen. Woche der Libelle. Ah, Libellchen wird sich jetzt freuen. Das war bloß sein Gewander. Ich werde jetzt hier einfach mal lang. Und mal gucken, was dort ist. Ich bin ja echt gespannt. Wie ein Flitzebogen. Theoretisch brauchen wir neun Helden. Ich hole mal noch einen, der die ganzen Leute rüberbringt. Der kann dann ja auch ruhig sterben. Klaus! Komm! Unser guter Klaus. Er ist einfach der Hammer. Du kriegst jetzt erstmal die zehn Engel. Und gib ihr mal noch die Reiter mit. Und das Ganze wird dann eingetauscht. Die hier stufen wir mal auf. Dann können wir die gleich mal da reinpacken. Und du kriegst noch einen Bauern mit. So, du kriegst Einen. So rum. Okay. Klaus ist weg. Jetzt nicht mehr. Klaus, du reitest jetzt in den Untergrund. Und zwar... Reite mal hier lang. Okay. Na, wer kommt mir denn da entgegen? Wollen wir es probieren? Er hat ein... Also wenige Erzteufel. Ich speichere einfach mal. Speichern unter der zehn. Und der Tod ist nah. Zumindest für dich. Für mich nicht. Hey, es sieht nicht rosig aus für dich. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Und er flieht. Jetzt hat er auch noch seine Nachtmahn verloren. Ach, hier ist auch noch eine Miene. Aber es geht hier nicht hoch. Schade. Damit hätte ich ja zumindest gerechnet. Ups. In den Untergrund wollte ich nicht, aber es passiert. Okay. Also wenn, dann muss es hier noch was geben. Ich werde dann hier trotzdem noch einmal lang laufen. Aber wir gucken uns hier zumindest mal um. Und das war's. Okay. So langsam komme ich mir echt blöd vor. Kristallkaverne erobert. Kläußchen reitet weiter runter. Okay. Gut, dann schau dich mal oben um. Ich habe langsam echt keine Ahnung mehr. Jetzt sind meine Gedanken erschöpft. So langsam kann ich nicht mehr sagen, wo wir uns befinden. Was wir machen sollen. Wo wir Nikolai finden sollen. Vielleicht doch noch da hinten. Ich habe keine Ahnung. Bring ihr die mal.